Und schon wieder. Musst doch langsam aufhören, oder? Nein, muss es nicht. Eine Runde Kräuter. Derrick braucht nicht. Gerogen braucht eins. Jelen braucht eins. Jelen braucht eins. Helena braucht eins. Gwenlyn. Talana braucht auf jeden Fall noch. Haben wir irgendeinen normalen Heiltrank? Keinen super Heiltrank. Super Heiltrank. Was? Da ein Heiltrank. Talana. So. Wir probieren noch kurz was aus. Talana. Veränderung. Visibili. Ne, das schaffen wir hier nicht. Und es wird nur die einzelne Person verzaubert. Durch die ganze Gruppe. Mürrem. Veränderung. Silenzium. Slow. Schleicht wie auf Katzen vor. Hilft nur nix. Und hier hinten ist nicht mal irgendwas. Krass. Letzte Kräuter. 15 ist echt nicht viel. 16 ist nicht viel besser. Zauber sprechen. Zauber sprechen. Heilung. Balsam. Auf sich selbst. Was? Kann sie nicht. Zauber sprechen. Heilung. Balsam. Talana 10. Balsam. Balsam. So. Also das war einfach nur eine Falle der Falle wegen. Hier ist gar nichts. Also. Zauber. Talana. Bewegung. Transversalis. Und zwar da hinten. Transversalis. Teleport. Genau. Einfach südlich. Weg von hier. Ganz weit weg davon. Eine Tür. Und eine Sackgasse. Ah. Terek. Trieb mir den Heiltrank. Das kann weg. Das kann weg. Bronzer. Das kann weg. Ein normaler Heiltrank. Ah. Hellen nicht. Jellen nicht. Mürren nicht. Na komm. Du. Weg. Ja. Noch ein normaler Heiltrank. Talana ist wichtig. So. Zurück. Knacken. Oh. Wow. 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 Das sieht echt nicht gut aus. Angriff brütest. Das sieht ganz und ganz und gar nicht gut aus. Du, einen Schritt vor und dann gleich noch euphobus. Du, hau den ab. Du, was machst du? Du schießt den in deinen Rücken. Oh, das sind so verdammt viele, da sind drei Krieger mit bei, also zähere Brocken. Lass mir einen kleinen Kram wegschauen. Genau so. 38 Schaden. So, gib mir Talana. Oh, gib mir schnell Talana. Bevor sie umkippt. Quenlin, hilf mal direkt bei dem kleinen Vieh. So, du, hau den Schwachen da hinten. Du schießt den Rücken. Komm schon Talana. Du musst dran kommen, wo die anderen Krieger dran kommen, sonst bist du gleich kaputt. Au. Glück gehabt. Okay. Zaubern. Beherrschung. Horifobus. Auf den Kultisten, der dich noch nicht angegriffen hat, diese Runde. Ja, ist sehr schön. Ein Räuberhauptmann. Okay. Du den angeschlagenen. Anklagen, ganz gut. Spendeln den da. Schöne hergewendet. Okay. So, du stellst ihn mal so hin, dass Murr vielleicht weiterschießen kann und haust ihn an. Dann haben wir noch einen von den Kriegern und den Hauptmann als Zielgefahr. So. Zaubern. Beherrschung. Horifobus. Ja. Sehr schön. So. Du. Dener. Kaputt. Nee. Der Regen. So. Du. Haust. Dener. Du. 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 Du ziehst dich einfach mal zurück. Oder willst du den da auch noch verschräuchen? Ach komm. Machen wir mal. Direkt. Na also. Gute Treffer. So. Du. Weiter auf den. Der ist Geschichte. Sehr schön. Das heißt, Tirk und Gwenden haben jetzt den Hauptmann vor sich. Gucken wie zäh der ist. Du. Du. Angriff. Dener. Der ist weg. Du schießt. Auf. Den. Fogioran. Ah. Ein, zwei, drei. Da müsste da auch Geschichte sein. So. Gwenden haut Hauptmann. Du. Zauber. Beherrschung. Horifobus. Auf den letzten Krieger. Ja. Glauben. Oh. Sehr schön. Du. Den da. Du. Den kaputt. Oh. Auch nichts. Auch Helen. Du kannst ruhig die anderen angreifen. Der fliegt auch schon. So. Und du auch zum Hauptmann. Angriff Hauptmann. 23. Sehr schön. Du schießt den Fortalana an. Du schießt den Fortalana an. So. Das war doch überraschend, dass plötzlich so viele auf einmal kamen. Das war immer nur so peu a peu ein bisschen. Und jetzt plötzlich. Wie viel waren das? Zwölf? Aber die scheinen wohl irgendeine Tugel zu bewachen. Die sehen wir ja da unten schon im Raum. Gucken was da so drin ist. Obwohl wir doch eigentlich nur irgendein Gamosch finden wollen. Ihn den Salamandaschein in die Hand drücken und endlich ein wenig Ruhe haben. Das haben wir uns wirklich verdient. Zack. Tot. Also so stark war da haut man gar nicht. Du hilf mal Jallen. Du. Dir geh dich ein bisschen ab. Zwölf Trefferpunkte. Sehr schön. Ja. Talana kann schon ganz schön kassig sein, wenn sie will. Selbst ohne Zauber. Du. Kannst du da reinschießen? Nein. Mach mal einen Schritt zur Seite und schieß dann rein. Und du hau den vor dir. Ja. Du hau den vor dir. Ausch. Draffentöter. Kaputt. Tirek. Ich sag ja. Tirek lässt wirklich ein wenig nachtersam. Aber er wird halt auch alt. Das passt schon. So. Du dahin. Rauf da. Sogar Jallen macht jetzt mehr Schaden im Nahkampf. Das kann er echt nicht auf sich sitzen lassen. Aber es ist zu spät. Level up für Talana. Alles von Hand. So. Was haben wir denn da? Wir würden gerne Klugweit erhöhen. Wir würden gerne Jezorn verringern. Wir hätten gerne alles auf Astralenergie. Und wir würden gerne Punkte umwandeln. Steigerungsversuche allerdings nicht. Denn wir brauchen davon recht viele. Nämlich drei allein schon für Spere. Oder auch nur zwei. Schwimmen hat sie viel. Klettern hat sie viel. Körperbeherrschung. Handwerk. Braucht sie so nicht wissen. Alchemie. Wählen sie nicht so wirklich. Okay. Alte Sprachen. Wählen sie auch nicht. Sprachen hat sie noch weniger als bei den anderen. Hier braucht sie gar nichts. Natur. Pflanzenkunde drei. Aber ja, ein wenig Pflanzenkunde sollte sie auch zwischendurch mal lernen. Wissen. Ja. Hilft nix. Die letzten Punkte halt im Wissen. Auch wenn es schwer zu steigern ist. Irgendwas davon kriegen wir vielleicht doch noch. Nö. Jetzt kommt eh das Wichtige. Und zwar Kampf. Egnifaxius. Kampf. Egnifaxius. Nochmal. Sehr schön. Äh. Blitzt. Ich finde es auch noch nicht so hoch. Na? Pfff. Will er nicht mehr. Okay. Äh. Horiphobus. Den benutzen wir doch ein, zwei Mal. Miss Longen. Pantymagie. Beherrschung brechen ist schon recht hoch. Illusionen zerstören. Verwandlung beenden. Destructivo. Nö. Dämonologie. Geister bannen. Dämonen beschwören. Oh. Passt zu ihr eigentlich. Sie hat ja doch auch eine dunkle Seite, die sie nicht ganz so gut verbergen kann. Was haben wir hier noch? Flum Flum Funkel ist ich nur bei vier. Cloudibus. Cloudibus. Feuerbahn. Ne, das kriegen wir nicht schnell genug hoch. Armatruts ist schon hoch. Parallel. Parallel. Duplicatus. Hellsicht, stimmt. Analyse sollte sie steigern. Das ist ja doch ein, zwei Mal daneben gegangen. Binne Dritzel. Verständigung. Necropathia. So, und dann noch Transversalis. Transversalis. Tiric. Alles von Hand. Tiric kriegt mal Mut. Und er senkt dafür Neugier. Gelungen. Sechs Punkte. Kampf. Äxte. Kampf. Äxte. Komm schon. Axt, 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 Axt. Misslohn. Okay, ich hieb Waffen vielleicht dafür. Obwohl er wahrscheinlich ewig seine Orknase behalten wird. Ne. Intuition. Geschafft. Okay. Körper. Zechen. Hat er zwar schon zwölf, aber kann man immer steigern. Genau. Reiten ist ja schlecht. Schleichen ist ja richtig gut. Schwimmen. Tanzen kann er nicht. Verstecken. Verstecken kann er noch mal steigern. Handwerk. Schlösser knacken ist ja schon relativ gut. Das könnten wir ein wenig weiter ausbauen, falls Gwenden mal indisponiert ist. Genau. Fahrzeuge lenken wollte er auch noch steigern. Will nicht so wirklich. Bisschen Kriegskunst schadet ihm auch nicht. Und ein klein bisschen Orientierung. So. Gerugon. Alles von Hand. Du kannst ruhig noch einmal Körperkraft haben. Kann nicht mehr erhöht werden. Okay. Mut. Bitte endlich mal ordentliche Lebenspunkte. Senken würdest du gerne. Goldgier. Drei Lebenspunkte. Schwerter. Misslung. 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 Zwei Hände. Da haben wir ja gerade ein Rechtschicken. Gelungen. Sonst braucht er hier nichts. So. Klettern kannst du einigermaßen. Schwimmen kannst du verstecken. Körper. Verstecken. Intuition kann ruhig höher. Wissen. Kriegskunst musst du höher. Gleich geschafft. Sehr schön. Körper. Zechen. Da hängst du direkt doch einigermaßen hinterher. Das sollten wir ausgleichen. Geht nicht mehr. Selbstbeherrschung. Körperbeherrschung. Können wir beides nochmal probieren. Gelungen. Körperbeherrschung. Misslung. Gelungen. Und soweit durch. Okay. Ist das eine Truhe? Schlosskner. Verletzt dich leicht. Oh. Wendeln. Was machst du da immer? Super Heiltrank. Was soll's. Gucken wir mal. 37 Lebenspunkte zurück. Jetzt aber. Knochen. Zehn Heiltränke. Alle mitnehmen. Wow. Sind zwar nur normale Heiltränke. Aber hey. Warum nicht so pingelig sein. Die gehen schon wegwerfen. Jo. Wie schaut's bei den anderen aus? Oh. Jalen kann davon gleich mal. Einen abhaben. Super Heiltrank. 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 Und gleich noch einen. Du. Weg. Jo. Du. Warte. Du. Weg. Jo. Zurück. Warte. ato. Untertitelung des ZDF, 2020